So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, das Level haben wir das letzte Mal versucht, aber ich glaube, ich bin knapp vom Ziel gescheitert, ich kann es nicht sicher sagen. Jetzt jedenfalls ein Level von Chosen mit Schwierigkeit 4 von 10. Nothing too hard, schreibt man übrigens mit 2 O. Ich muss dein Englisch doch wieder verbessern, damit du dich ärgerst, weil ich ärgere mich in deinen Leveln auch. So. Simple Platforming, gucken wir mal an. Was er da gebaut hat. 4 von 10. Der Majestic Mancher Mountain. Vielleicht hebt er meine Stimmung wieder ein wenig. Weil nach dem Spiny Level gerade... Ach, es ist einfach so frustrierend. Weit, ich muss da wieder drauf. Na, freilich schmeiß ich's in die falsche Richtung. Aber bisher nichts Schlimmes. Ich dachte, ich bin im anderen Raum. Ups. Cool. Bisher geht das ja alles klar. Also, das ist jetzt ja, ne? Das ist jetzt ja nichts. Das ist wirklich gar nichts, wofür man Anerkennung verdienen sollte, wenn man es schaffen sollte, weil das ist ja wirklich noch überhaupt keine Leistung. So, ich hätte auch dagegen springen können. Das fällt nicht runter. Äh... Aber ich möchte den Tag nicht vor dem Abend loben. Ähm... Okay. Okay. Äh... Da fällt auch nichts runter. Die sind alle dunkelblau. Okay. Die könnte ich sogar, wenn ich das jetzt versau... Ups! Ich wollte gerade sagen, wenn ich das jetzt versauen sollte, was ich getan habe, äh, könnte ich die sogar wieder respawnen. Wenn ich natürlich selber runterfalle und sterbe, dann ist nichts mit respawnen. Dann muss ich respawnen, aber nicht die Dinger. Das, äh, ja. War ein bisschen blöd. Weiß nicht, wie ich den Sprung verhauen konnte. Ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Es ist, äh... Absolutes Versagen meinerseits gewesen. Ich glaube, wir machen einfach einen Drehsprung rüber. Dankeschön. Uah! Ach so. Ach so, die liegen da. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Okay. Okay. Brauche ich die alle? Äh, ich brauche die alle wieder. Brauche die alle wieder. No, nicht den! Scheiße, da war nur der... Nein, nicht Neustart. Oh Gott. Ich erst gar. Da war nur eine Münze. Ja, meine Laune ist wieder ein bisschen besser, aber jetzt ist es mir fast wieder zu leicht. Es ist, es ist... Man kann es mir nicht recht machen. Es tut mir leid. So, die Münze interessiert mich überhaupt nicht. Oh, ich muss aber das Ding auslösen. Ah, nein, nicht Neustart. Alles klar. Ich muss das Ding wieder auslösen. Plopp. 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 So. Dann eben so. Oh je. Iiii. 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 Nothing too wild. Alles im Rahmen. Okay. Äh, da kommt noch einer nach, ne? Ne, es bleibt bei dem einen, dann geht das in Ordnung Solange nichts mehr passiert als das Kriegen wir das hin Okay Aber hier, das ist nämlich so das typische Chancen-Ende Drei Leben und dann, ne? Genau, das ist das typische Chancen-Ende Drei Leben und dann kommt das Ziel Deswegen gehe ich stark davon aus, dass wir da echt nah am Ziel waren Aber dieser letzte Sprung, ich kriege den halt nicht hin Und ich muss immer wieder diesen blöden Bewegungs-Spiny-Huch Wieso bin ich denn erster? Na gut Äh Jo Immer diesen Bewegungs-Spiny und den kriege ich halt einfach nicht auf die Kette So, Poison Problem Plains One Checkpoint Oh nein, es ist ein Poison Mushroom Level 5 von 10 Let's go Ach, auch den hat noch keiner geschafft Okay Aber haben auch erst drei Leute gespielt Achso, wenn die ja dran sind, dann ist das ja in Ordnung Das ist was anderes, als wenn die mir hinterher rennen Damit kann ich leben Damit kann ich durchaus Kann ich hier unten stehen? Grundsätzlich Ah, jetzt kommt doch einer, der mich verfolgt Da hab ich ja Bock drauf Äh Ja, hä Wie soll ich denn Hä Ach, ich muss Ich muss erst auf die Bombe drauf Und dann Jetzt sind die aber Oh nein, jetzt hab ich die anders Ja Mist Oh, jetzt passen die halt überhaupt nicht mehr Okay Ich muss auf den draufspringen Ah, wenn ich das so ungeduldig Okay, es geht aber Ja, okay, ich komm einfach durch So Kann ich den mitsprengen? Ich weiß es nicht Achso, aber jetzt ist der eh vorbei Okay Äh, hi Oh mein Gott Oh nein Ähm 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 Cool Das war ja cool mit der Bombe Gehst du kaputt? Ich weiß es nicht Aber was will der Goomba da? Ah, verstanden So, geh kaputt So, geh kaputt Um Gottes willen Um Gottes willen Ja, dann fahren wir mal den Oh nee Oh nee Oh nee Das sammelt sich da ja alles Kann ich die irgendwie dann so ein bisschen Anders triggern? Oh Gott Nee, nicht Neustart Das muss ich jedes Mal nach dem Jackbein spielen Ach, Chosen Kannst du nicht immer solche komischen Stellen einfach mal aus Oh, jetzt funktioniert es Jetzt sieht es gut aus Jetzt sieht es gut aus Ich hab nix gesagt Ah, das war ja eine wahnsinnig komische Oh mein Gott Der geht hinterher, ne? Natürlich geht der hinterher Natürlich geht der hinterher Lass mich in Ruhe Okay, tschüss Jetzt ist er, jetzt ist er weg Der ist weg Der kommt nicht hinterher Nein, keine Chance Ah, nee Das wird auch unangenehm So, tschüss Könnt mich mal Oh Oh Gott Der macht immer so ein Schlussdings-Level Teil Das ist ja jetzt schon was Was ich an deinem Stil überhaupt nicht mag Dieser Schlussabschnitt Ah, das Level war einfacher Also nicht einfacher, aber Das Level war einfach Bis auf ein paar Ach, ich hab mich richtig Was mach ich denn jetzt? Ich wette, ich werd sterben Aber voll rein Aber voll rein Ja, das Video wär ja auch sonst zu kurz gewesen Ach, Mann Okay Tschüss So, hier dürfte eigentlich nichts schief gehen Nein, ich dumm Ich dumm Ich dumm, ich dumm, ich dumm, ich dumm Ich dumm Ich dumm Ah, da war ich ungeduldig Da war ich ungeduldig Aber der Endsprung ist wieder so ein blödes Mistviech, ey Ich bin überhaupt kein Fan So, aber der Teil bis hierhin ist halt super simple Das ist so nicht im, nicht im, es ist so kein Kontrast Wie mach ich das denn jetzt? Jetzt, nein, noch wieder nicht Die Wolke ist langsamer als der Giftpilz Bin mir da noch sehr unschlüssig Die kann ich irgendwie Ah, so kann ich die veralbern Okay Wow, der hat sich sehr schnell rübergefahren Okay So Nee, die Wolke, der ist so schnell Übrigens gab es keine drei Leben Aber die interessieren mich jetzt auch nicht Ach, der Fisch ist so schnell Ich kriege das nicht hin Ich werde an diesem Sprung jetzt noch eine Viertelstunde sitzen Jetzt kannst du langsam ein gutes Rhythmus Jetzt entsteht langsam ein guter Rhythmus Ist nicht lustig Oh, Mann So, aber jetzt weiß ich, wie ich die verarschen kann Dann stören die mich nicht mehr Oh, Mann, dieser letzte Sprung, ne Ich muss drei Jahre warten, bis der Rhythmus kommt, den ich will Ist ja auch wieder nicht so gut Muss irgendwie anders gehen Wow, 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 wow kommt, den ich haben will. Ich krieg's nicht hin. Entweder ich warte wieder drei Jahre, bis es so läuft, wie ich das haben will, oder ich versuch's an... Es muss doch anders. Sondern es muss doch anders gehen. Jetzt ist einer mitgekommen. Seht ihr das? Jetzt sind plötzlich da zwei unterwegs. Nicht, dass es mich stören würde, weil ich sie eh gleich loswerde, aber hui. Da ist plötzlich ein zweiter. Der ist über die Plattform gekommen. Frech. Oh boy. So. Aber das Fisch ist echt unangenehm. Ich will nicht jedes Mal warten, bis das... Ich hab Quatsch gemacht. Aber wie se... Huch! Ach, der ist über die runter... Jetzt versteh ich das. Als die Plattform runtergefahren ist, ist der draufgekommen. Ja, 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 ja. So ein Ding ist das gewesen. Na, dann kam die Plattform runter und dann kommt der mit hoch. Ich hab mich erst gefragt, wie das passiert ist, aber ja. Das erklärt natürlich das. Iiii! So. Ich will das immer... Ich will versuchen, das so zu erwischen, dass wenn er runterfährt und die Wolke hochfährt, dass ich dann den Sprung mache. Genau so. komm erster 30 level ist eigentlich so simpel das bräuchte nicht mal den checkpoint aber ist halt trotzdem nervig mit der schlussstelle man müsste alles neu spielen war das hier das ärgert mich wir haben noch wir haben noch zehn minuten spielen deshalb noch mal was ist die stelle dahinten ist so doof die stelle mit dem spiny auf der plattform darauf dass es da komme ich nicht drauf klar das spielt sich so unangenehm ich habe es im letzten part ja schon gesagt ist ich habe den zeit verpasst ja ich habe den zeit verpasst ich habe sie verhauen ach mist so dass jetzt halt die stelle er die noch nicht wir sollten das jetzt nicht gepasst war jetzt zu bald da oder was habe ich jetzt hat jetzt überhaupt nicht funktioniert aber es war doch der erste cycle gut dann halt so mir doch wurscht das nervt mich jetzt aber wenn ich hier unten armann was soll das denn jetzt sterbe ich an dem blöden geist der da unten zusätzlich sport der 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 buch fichter heißen die die dann am boden rumkleben ja irgendwie kriege ich jetzt hier den den dings nicht mehr in den rhythmus was mache ich falsch gerade weiß nicht was ach ich glaube ich lade zu bald rein wenn ich direkt hier rüber gehen ach dann machen wir so jetzt in zukunft okay geht auch reicht nicht habe ich gesehen warum spring ich denn überhaupt ach man ich komme halt gerade nicht mal bis nach hinten dann dabei ist eigentlich das da hinten die stelle wo ich die zeit gerade haben möchte und nicht das hier vorne nein jetzt macht er es wieder ist der doof ist der doof so jetzt bitte ohne ich sage nichts mehr so ich Nein, das werde ich nicht... ...dumm abgeschwungen. Ja, gerade so. Okay, wir sind mal wieder hier. Mensch, hat ja nur fünf Minuten gedauert oder so. Keine Ahnung. Es ist so eine dumme Stelle. Ich hasse diese Stelle. Die ist so unangenehm. Und dadurch, dass sie unangenehm ist, wird man dann so aufgeregt, wenn man die spielt. Und dann ärgert es einen umso mehr, wenn man bei so einer Stelle es nicht hinkriegt. Eben gerade, weil man ja aufgeregt ist, weil man es ja schaffen will. Und dann ist der Frust umso größer. Jo. Ich krieg's nicht kontrolliert. Ich krieg's an der Stelle einfach nicht kontrolliert. Ach, ne, ne, nein, nein. Ich hab da keine Lust mehr drauf. Wir lassen das Level. Wir lassen das Level. Haben wir noch ne schöne Musik zum Schluss? Äh... Ne. Ne. Das meine ich nicht. Das meine ich auch nicht. So. Aber da kommen halt dann nur die ganz neuen... Also die, die immer schon oben waren, hoch, ne? Ja. Ja, äh, äh, toll. So find ich ja nix Neues. Außer es hat sich jemand... Also es hat sich irgendwas ganz Neues nach oben gedrückt, aber... Äh... Das sieht nicht so aus. Das war großartig. Das war supergut. Wie soll man denn da jetzt was Neues? Kann man das nicht irgendwie nach... Monat oder... Keine Ahnung. So findet man ja immer nur das... Gleiche Zeug. Jetzt gucken wir uns mal kurz das an. Das haben wir uns anscheinend noch nicht angeguckt. Dragon Ball. Welches Dragon Ball Lied wird das sein? Mal gucken. Walk. Mittlerweile habe ich auch Dragon Ball super gesehen. Wahrscheinlich ist es... Ultra Instinkt-Them. Würde zumindest passen. Ne, es ist... Ja, das... Das ganz normale. Das, was immer das jetzt darstellen soll... Ja, das... Das ist schon ganz cool gemacht gewesen. Holy shit. Das war schon ganz cool gemacht. Was auch immer das jetzt darstellen soll. wahrscheinlich Meister quittet, ne? Aber Ari, ich hab kein Herz. Egal. Hat genug Herzen. Äh. War schon ganz cool gemacht, ja. Aber ich hätte halt lieber was Neues. Nichts, was man schon alles gesehen hat. Dafür muss ich aber halt ich hab ja die Alternative hier zu sagen nach niedriger Abschlussrate, aber dann bekomme ich halt Mist. Ja, niedrig im Sinne von 0, was ist das denn? Abschlussrate 0% aber ein Weltrekord. Ah ja. Klar, dass das gerundet ist, aber was? Okay. Den krieg ich nur so, nur so nicht kaputt. Das ist dann Sans. Okay, hi Sans. What? Let's. Ja, okay. Ja, klar. Ja, darf ich jetzt auch... Ach, das sind die Knochen. Ah, verstanden. Oh Gott. Ja, das ist der Anfang und dann kommen die Dinger. Das ist praktisch wahrscheinlich einmal der ganze Fight durch. Das kommt ja auch am Anfang, dass man dadurch diese Dinger... Also das sind keine Sägen, aber dass man dadurch ziehen muss, kommt ja auch am Anfang. Seine Ultra-Attacke, die er gleich zu Beginn einsetzt. Ei, 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 ei. Ach, Mist. Ich würde gerne nochmal was von dem Knochenabschnitt sehen. Nee, dann nicht. Dann nicht. Sag du dann nicht. Okay. 31 Minuten. Wir sind durch. Lassen wir es dabei. Ähm. Ist halt das Problem, ich kriege hier... Ich weiß nicht, wie man schöne Musiklevel finden kann, die neu sind, aber auch gut sind. Weil das hier seht halt, ihr seht das ja selber. Das wird halt nicht das sein, was ich suche. Also man müsste eher da nach neu gucken, aber da kann ich wieder nicht nach Musik gucken. Was? Okay, let's go. Also bei dem guten Deutsch... Ach, wir haben Wind. Ich hab den Wind nicht gecheckt. Das ist doch 100 Brunnenfalle. Ich hab den Wind nicht gecheckt. Muss ich den killen? Kann ich nicht killen. Achso, verstanden. Oh, nee. Hä? Wie soll ich den denn... Jetzt ist er da oben. Ja, keine Ahnung. Ey, der trollt mich doch gleich wieder mit irgendeiner anderen Scheiße hier. Jetzt kommt wieder... Ah, geht da auch weg, der Wind? Dann warten wir. Ja, dachte ich mir, dass der wieder kommt. Weil dann geht... Genau, dann geht es hier nämlich überhaupt nicht. Und dann springen wir halt. Ähm... Yo. Yo, Bruder. Das wird jetzt richtig... Oh mein Gott. Ah, der... Aber dann weiß ich, wie ich den besiegen kann. Oh nein, wir hatten kein... Oh, nee. 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 Leck mich. Nein. Danke fürs Zuschauen und tschüss.